Hey! Peter! Fini! Drei! Frucht! Ja! Lücke! Frucht! Eigentor! Eine halbe Minute später! Eine halbe Minute später! Jawohl! Ja! Ja! Ich hab's in Ruhe! Ich spüre das! Ja, Mann! Hey, Herr BVB! Was geht, Leute? Sag und schreibe, der siebte Spieltag. Noch kein Spiel verloren. Kann man auch so sehen. Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, Leute. Das Gelbe vom Ei war es bis jetzt noch nicht. Sowohl Champions League, als auch Bundesliga, als auch Pokal. Aber wir sind guter Dinge. Ganz ehrlich, der Kader gefällt mir zwar gar nicht, wie der jetzt gerade aufgestellt ist. Aber ich werde auch ehrlich gesagt nicht schlau draus. Was soll ich sagen? Siebter Spieltag. Wir spielen gegen Union Berlin zu Hause. Wir sind gerade auf dem Weg ins Westfalenstadion. Ja, und lass mich gerne mal überraschen. Mein Tipp zum Spiel? 3-1. 3-2. Sagen wir 3-2. Ja, ich lass mich gerne überraschen. Wie gesagt, das einzig Gute an der ganzen Sache ist, wir haben auch kein Spiel verloren. Das Spiel sieht nach nichts wirklichem aus. Das Erste, was ich mache, wisst ihr Bescheid. Cola, Wasser. Und dann geht's ab ins Stadion. Macht euch bitte nicht lustig über mein Bad. Ich weiß, es ist sehr ungewohnt für den einen oder anderen. Aber ich musste mal eine Veränderung reinholen. Beziehungsweise, ich wollte einmal komplett auf Null. Vielleicht bringt das ja was. Auch für die kommenden Spiele. Aber jetzt lass ich den erstmal wieder wachsen. Aber tut mir den Gefallen und lacht mich in den Kommentaren nicht aus. So Leute, ich bin drin. So schaut sie aus. Cola ist ausgetrunken und Wasser ist noch da. So. Ich gönne mir jetzt gerade richtig von der Aussicht hier. Ich gönne mir jetzt gerade richtig von der Aussicht hier. Auf geht's. Und Anschluss. Oh, ja, ja, ja. Er kommt aber auch frei zum Schiss. Abseits aber. Lücke, Brückruf! Woll! Regenton, Alter! Was ist das denn, Alter? Was ist das denn, Alter? Mann, ey! Eine halbe Minute später! Eine halbe Minute später! Zwei Standards, zwei Tore, Alter! Meine Presse, was ist das denn, Alter? Ihr müsst doch mittlerweile wissen, wie gut der Idiot die Scheißdinger schießen kann, ja? Das ist echt lächerlich, Alter! Zwei Standards, zwei Tore! Abseits! 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 Ich hoffe, es ist Abseits! Woll! Abseits! Kein Tor! Hey! Meka! Kirill! Meka, Kirill! Meka, Kirill! Ja! 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 Ja, Mann! Ich hab das Gefühl gehabt! Ich hab das Gefühl gehabt, Alter! Abseits! Scheiße! Warum das denn jetzt, ey? Abseits! Immer noch einseits! Mann, ey! Abseits! Und wieder Videoassistent! Adapter auf Edmeta! Mein! Das ist das ganze Spiel im Dugelreden mit Videoassistent! Edmeta! Faulspiel! Oh Gott, Alter! Woll! Äh... Wolucci kippt ein Mann! Und noch dieser Wann will ich nicht gehen, ne? Alter! Schwierig, ist das drauf! Unjunge ist das drauf! 2-1-Union! 20 Minuten Der erste Like da, abonniert den Kanal, followt auch auf Insta, so der Halbzeit sage jemand lieber gar nichts. Satz mit Dix, dann war wohl nix. Die zweite Halbzeit geht los Leute, kommt Dortmund, kommt Dortmund, Alter, was ist das für eine miserable Vorstellung gewesen? Mann! Oh mein Gott, oh mein Gott, was für ein Strahl, was war das für ein Strahl, Boah, Junge, 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 da kann es stimmen, Junge, da kann es stimmen. Geiles Ding, Junge, ich schon wieder, bitte nicht. Oh Mann! Jawoll! Ah, guck mal! Ah, kein Riff! Nicht wieder so was Ekel ist, bitte nicht wieder so was Ekel ist. Weg damit, weg damit, weg damit! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Jawoll, komm und weg! Mach Meter, mach Meter, mach Meter! Alleine. Alleine! Komm, Junge, komm. Jawoll. Ja! 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 Jawoll! Ich hab sie moriert! Ich hab sie moriert! Ich spüre das! Jawoll! Danke, Mann! Gut zurückzukommen! Kuhl ent! Kuhl ent! Muhl ent! Kuhl ent! Kuhl ent! Yang 6! Jetzt fielen die Erwarte! Jürgenmacht! Waaaat? Jawoll, jungae! Es ist toll, jungae! Tjaak, jungae! Junge, Junge! Jürgenmach! Sorry Leute, war zu spontan das Gegend, Scheiße Mann. Abgefälltes Tor. Riason, der Ex. Ja Leute, Spiel ist zu Ende. 4-2 gewonnen. 2. Halbzeit war sehr gut. 1. Halbzeit war grottenschlecht, aber in der 2. Halbzeit hat man gefühlt, ich dachte da wäre eine andere Mannschaft auf dem Platz. Alles klasse gemacht, wirklich. Hier und da ein paar Sachen zugelassen, aber das Auftreten war wesentlich besser. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und followt auf Insta. Kostenloser Support, da danke ich euch recht herzlich vom tiefsten Herzen. Bleibt gesund Leute, genießt den Samstagabend und habt morgen einen schönen Sonntagmorgen. Hier, B4B.